Moinsen Leute, weiter geht's hier mit der Affenbande auf der Donkey Kong Insel in Donkey Kong Country Topical Freeze Wir haben schon 5 Level abgeschlossen, komplett Machen jetzt auch weiter mit 6-6 Schattenlawinen Direkt rein hier ins Level Und ich hatte ja auch letztes Mal, meine ich, schon gesagt, das wird wieder so ein Level sein, wo man wieder nur die Silhouetten der Kongs sieht und die Klamotten Ja, genau das meine ich Eigentlich von allem die Silhouetten, so Ich find die Level an sich ja ziemlich genial gemacht, muss ich sagen Da sind zwar nicht meine Lieblingslevel meistens bei Okay, da ist schon mal nix drunter, schade Aber auf der anderen Seite ist bestimmt was, wenn ich da rein kann Oh, tschüss, Mann So, alles Walross Da kommt so ein Pinguin rausgelaufen, damit man es auch mal richtig schön sieht So, erstes Puzzleteil, jetzt sind wieder nur 5, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen Warte mal, wird das jetzt hier noch Raketen fast leveln? Nee Äh, das ist ja, wenn er an Loren leveln übrigens Das ist ja Quatsch hier, was ich laber wieder Das wird's, oh, oh, ach so Das war's, okay Ich ändere mich So, ans K Ran Komm, schlafen wir doch locker Gehen die Sachen eigentlich unter oder kommen die wieder hoch alle? Und er verschießt hier wieder seine Fischgräten, seine Brennenden Der Trottel Ja, es geht alles unter Mit der Zeit Geh durch da Boinks, boinks So Da kann, ach nee, da muss ich sogar runter Eine Banane ist da mit drin Alles klar Das fast geht auch runter, kann das sein? Ich sehe schon ein Checkpoint, aber ich habe bestimmt einen Puzzletag gerade verpasst Oder was ist da oben drin? Da ist nichts drin, schade Ich lasse das Fass mal da liegen Langs geht Prall nicht ab, okay Ja, okay, ich kann ja gleich noch was Fass holen Ist ja nicht, kein Problem So Und da ist ein Puzzletag runter Jawohl, das zweite Ich habe aber jetzt schon das Gefühl, ich muss hier nochmal rein gleich So, Dixie erneuern Da ist das O Da komme ich aber hoch Da wäre ich auch mit dem Ding hochgekommen Mit den Fischen von dem Typen Kein Puzzletag, schade Na gut, hier war das O, ne? Halt mal die Klappe hier, Kollege So Weiter geht's Es scheint ein sehr kurzes Lärm zu sein Wow, 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 wow Fast auf den Lärm gegangen Okay Hier hat man eine Banane, alles klar Hier kann ich mich festhalten Hey, hoch hier Hä? Warte mal hier hoch Ja, ich wusste es doch Ich wollte schon sagen, ey Weg mit den Pinguinen Die nerven mich eh nur Alter, ich dachte gerade, dass die wird verschluckt Wow Schnell Hier geht ja alles auseinander Alter, was haben die Vekinger hier gemacht? Das sind die Klippen, aber trotzdem So, hoch da Wir lassen die Eule mal leben, ausnahmsweise Aber auch nur ausnahmsweise, wirklich So, weiter Was fehlt jetzt noch? Zwei Puzzleteile und das G Oh, ne Bandbräule, okay Da muss ich aber hoch Komm, schieß nochmal So, danke Aha Puzzleteile Nummer 4 Das lass ich nochmal da Ach, der wieder mit seinen Fischen hier Der olle Olle Typ Verleih nix, oder? Wie hieß der bei Asterix, der Fischhändler? Der ist doch doch nicht verleih nix, oder? Oh An den erinnere ich doch Auf jeden Fall diese Diese Ja, ich bin weg Scheiße Ist lange drauf stehen geblieben Mein Gott, ey Einmal nicht aufgepasst Einmal nicht schnell genug gewesen Und schon Wird's bestraft Aber wir kriegen ja direkt hier wieder Ein Kumpel So, weiter geht's Aua, au, 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 au Jetzt gännt man die Bananen da ran Einfach wie der Turm im Hintergrund wegfällt Auch geil Müssen wir mal bitte ein Herz hier Einmal Ein Herz, hab ich gesagt Nicht Bananen Aber jetzt, aber Jetzt muss ich schnell machen Komm, wir machen jetzt einmal weg da Hier mit der Spezialattacke Gibt's doch direkt wieder ein Herz zurück Hehehe Aha, es geht also immer weiter Wenn ich hier weiter Springe Oh, das letzte Puzzleteil Jawohl Und das G haben wir auch Also perfekt Alles durch hier Durch das Levelbetten Und weiter geht's Auch wieder alles Wie diese Fischfritzen Mit dem Feuer Feuergräten Oder flammenden Fischgräten Oh Oh, oh Hier hochklettern Ey Da ist erstmal so ein scheiß Walz raus Oh ey Geiles Level auf jeden Fall Und da ist noch was drin Gut versteckt So, ich nehme das Decay mit Jawohl Und 15 Mal drauf gepanscht Jawohl Sehr gut K.O.N.G So Das Level ist direkt abgehakt Können wir direkt weitermachen Vielleicht schaffen wir ja noch Zumindest noch die letzten Level Die regulären Level Und im nächsten Fall dann das K Level Und den Boss Das wäre geil Oh Da sind noch ein paar mehr Level Als ich dachte scheinbar Ups Da gibt's auf jeden Fall auch noch Einen geheimen Ausgang irgendwo Scheiße Also gibt's mehr als 8 Level Achso, ja A und B dann wahrscheinlich noch Klar Hier gibt's jetzt wahrscheinlich Einen geheimen Ausgang Der geht nach unten Der normale geht nach oben Na okay Macht Sinn Ne, dann wird's auf jeden Fall Nichts mit diesem Und nächsten Part Mit dem Boss Schätze ich mal Da muss ich schon sehr schnell sein Oder halt Das müssen wieder kurz Level sein Die halt schnell abgeschlossen sind Gucken wir uns erstmal 6,7 Kühlkammer an Wie gesagt Ich vermute hier einen geheimen Ausgang Und wenn nicht hier ist Ein im 8. Level Kann ich mir mal nicht vorstellen Tatsächlich Ich glaub das 8. Level ist das letzte Vor dem Boss Das eben nach oben führt Auf jeden Fall ist das jetzt Das Fabrik-Level So, wumms Da sind sie wieder Oh, hier Da ist ein Puzzle Da ist schon mal unten Wie komm ich da ran Ist die Frage Ah, ich muss hinten was aktivieren Alles klar Im Hintergrund Na Ah Da hab ich Okay Macht Sinn Da kommt wahrscheinlich Jetzt der noch Fass Ja, genau Und Fass zurück Da hab ich wieder nach vorne kommen Da kann ich doch bestimmt durchrollen, oder? Jawohl Wieder 5 Brillteile Da war echt nur das eine Level Eine Ausnahme Mit dem Raketenfass Keine Ahnung warum Aber es war einfach so Ah So, zack Ich bleib mal bei Dixie Gut, ne Bananenmünze Ist in Ordnung Das Fass nehm ich jetzt Auf einmal mit Und die Plattform Brechen wieder ein Okay Da muss ich auch Hochspringen Im richtigen Moment Man sieht's ja unten Wenn diese Ja, was ist denn das? Ah okay Da muss ich das Fass leider Wegschmeißen Ach verdammt Dazu bin ich aufgepasst Mann Halt kröp dich mal Einfach hier auf die Gegner draufjumpen Ist doch klar Was haben wir hier noch? Herz, okay Fahm ich da hoch? Mit Dixie, ne Sieg nicht so aus Hm Vielleicht war ich doch Quanky hier in dem Level Die noch mitnehmen hier Oh verdammt Oh, das war knapp Ich dachte grad Ich fall runter Hat geklappt Noch alles Perfekt Achso man Landet da oben Ah okay Ja das macht Sinn Das ist ja mal Die nächste Vermutung gewesen Okay Aufpassen hier Das ist jetzt ne Wippe Wahrscheinlich oder? Ja Das bricht wieder zusammen Das O Geht das K Ich auch Ich wollte schon sagen War das K überhaupt Das hab ich irgendwo gesammelt Ich weiß nicht mehr wo Ah und hier darf die Wippe Nicht zu weit unten gehen Genau Das war mit Dixie auch kein Thema Mit Quanky auch nicht Mit Dixie schon eher Okay hier muss ich jetzt schon zweimal springen Ja perfekt Nicht unbedingt schwierig Drittes Puzzleteil Sehr gut Okay der verarscht mich hier Verdammt Okay kann ich auch nicht richtig drauf springen Dann lass ich lieber Ja toll Auf der Stelle stehen oder was Hat aber geklappt Wow Das war Da unten ist ein Fass Da spring ich mal rein So Perfekt Okay das ist auch wieder ein einfaches Bonuslevel Ein einfacher Bonusraum Ich kann schon wieder mit Dixie Fast alles direkt auf einmal mitnehmen Ne ich muss nochmal runter Entschuldigung So Und Yeah Gut das war jetzt nicht schwierig 16 Sekunden waren übrig Man hat ja dann doch irgendwann ein bisschen Übung Mit den Bonusräumen Ich hätte aber gerne mal wieder ein Herz Das hier jetzt Ah stimmt Jetzt muss ich schnell genug sein Hier kann doch gar nicht passieren Wenn ich jetzt so mache Au Ich muss da hoch auf jeden Fall Links Äh rechts meine ich Oh das war knapp Hier muss ich hoch Was ist denn hier Ein Puzzleteil Jawohl Das Das fünfte schon Krass Das ging schnell Mit den Puzzleteulen Ach der schon wieder Komm her Hoch mit der Mit der Keule Und direkt nochmal Und ein drittes Mal Noch kommen Dann brauch ich die Eule Um an das End zu kommen Perfekt Zack Und nochmal So Ein paar Bananen mitgenommen Ah verdammt Dixi ist weg Schade Ich komme hier jetzt da hoch Ah mit Cranky nur Da ist der versteckte Ausgang Okay Ich erinnere mich Ja Scheiß drauf Ach verdammt Ich komme da gar nicht hoch So Ah da muss ich eh nochmal hier rein Scheiß Ne Drauf geschissen Ich will da ran Ich will da ran ans G Das wird zwar jetzt nicht unbedingt einfacher Ohne Dixi Aber lieber so Als gleich nochmal komplett da rein zu Bisschen mit Cranky Komme ich auch nicht mehr dahin Ach du schon wieder Oh zack Und zack Und noch ein drittes Mal Tschüss So das End haben wir wieder Diesmal allerdings weniger Münzen als eben noch So hier jetzt springen im richtigen Moment Und ducken Da komme ich mit Cranky Okay gut zu wissen So jetzt war mit dem Pinguiner hoch Perfekt Das G haben wir Dann gehe ich jetzt hier durch einfach Ah Da schon das Ziel Alles klar Ah ein bisschen zu spät Schade Ich dachte der fliegt doch ein bisschen schneller mit dem Fass Na gut K-O-N-G Alles klar So Leute Ich würde sagen Ich gehe hier direkt nochmal rein ins Level Erspore euch einfach mal den Ladebildschirm Weil das ist eigentlich recht unnötig Immer dass ich immer warte bis ich im Level bin Und ihr immer den Ladebildschirm einfach da angucken müsst Deswegen würde ich sagen Ich gehe jetzt von hier aus rein Na ihr wisst Ich werde das Level nochmal machen Wegen dem geheimen Ausgang Und wir sehen uns dann am versteckten Ausgang wieder Beziehungsweise an der Stelle Wo ich ihn vermute Bis gleich So Leute Da sind wir auch schon an der Stelle An der ich vermute Dass hier der geheimen Ausgang ist Sieht ihr schon die Stacheln Da kann halt nur Cranky an sich rüber Man kommt wahrscheinlich auch mit genug Herz noch Mit Dixie da hoch Und dann noch rüber Aber Das ist halt nicht so gedacht Ne Ja da Seht ihr da ist der Wirbel Zum geheimen Ausgang So und dann nehmen wir jetzt hoffentlich doch mal das Decay nochmal mit Jawoll Und 15 Bananenmünzen Sehr schön Damit kann ich mir dann später Figuren holen Ja das G wie gesagt ging jetzt nicht Ist klar Puzzleteile hatten wir schon alle Perfekt Besser kann es gerade nicht laufen Da habe ich auch wieder ein kurzes Level an sich So normalerweise habe ich ja gesagt Jetzt auf den letzten Inseln Ich mache erst die Nummerierung Und dann die A und B Level Aber da das achte Level Offensichtlich ja zum Boss dann direkt führt Ziehe ich jetzt doch mal A und B vor Deswegen machen wir jetzt weiter mit 6A Dem Iglu-Irsinn Cranky Ja der Cranky ey Ist ja der originale Donkey Kong aus dem Arcade Spiel Eigentlich Ganz schön in die Jahre gekommen der Alte Seitdem Aber eigentlich ja schon in Donkey Kong Country Im ersten Titel Auf dem SNES Ah Schützt hier alles ein Alles klar Hier werde ich Also so wie ich mich kenne Werde ich jetzt hier echt ein Puzzlekleid verpassen Hier zum Beispiel schon Wow Was willst du hier Mann Mein Cranky war es übrigens auch ziemlich einfach Dieses Walross mit dem Helm zu besiegen Anstatt dagegen zu rollen Einfach mit dem Kröckschalk oben drauf Ah hier gegen klopfen Okay Achso ich muss da drauf Und dann muss ich aber auch weiterspringen Direkt hier wahrscheinlich nach rechts Ja Das hätte mich sonst platt gedrückt Ach du Scheiß Was ist das denn für ein Level Ah ein Puzzleteil Jawohl Das erste Ey Nein Ich dachte der hält sich wieder nicht fest Ich wollte gerade mit dem Quickshot nochmal nachhelfen Mann Jetzt ist Cranky weg Shit Ach Mann ey Hab ich mich verarschen lassen selbst Von dem Spiel Nicht aufgepasst und alles Ja passiert halt mal Ist ja nicht schlimm Ergert mich zwar schon ein bisschen Gebe ich zu So du jetzt mal die Schnauze Du pustest da nicht nochmal rein Wo kommen die Fische eigentlich her Spuckt der die aus So dann geht es hier wieder weiter Na Na Das ist auch schon fies Irgendwie ne Wenn man da nicht richtig aufpasst Ist man direkt wieder platt gedrückt Genauso wie hier An sich Hier rufen wir für das Puzzleteil auch alles Geht doch Donkey geht doch Okay Muss ich auch schnell machen Scheiße Ska Verdammt Ska verpasst Und nochmal von vorne Shit Können wir auch so rüberkommen Ohne die Plattrug Aber ist egal Bevor die mich platt drückt Oder runter drückt Warte ich lieber bis die unten ist Eins Zwei Und tschüss man So hier geht es weiter Wieder Erstmal die beiden Ladungen hinspringen Schon ein fieses Level So Ich hab ne Bananen verpasst Hatte ich auch für das Puzzleteil nötig ne Nur die Sachen Oder den Dynamitstangen anscheinend Ich hab ne Bananen verpasst Hey Hey donkey mach keinen Scheiß Doppelhäschen Komm mal her Ne nochmal Jawohl danke Für die Hilfe Oh verdammt Nein Nein ich hab verkackt Shit Wieder kein Checkpoint ne Ach man ey Was mach ich denn hier jetzt Für die Scheiße So Jetzt werd ich aber sauer hier Mann du Schwupp eins Ja erstmal da reinlaufen Genau donkey Du bist der beste Du bist der wichtigere King hier Das ist kein Kong mehr Du bist jetzt ein King Donkey King Da ist vielleicht da fast auch reingesprungen Zweites Herz weg Oh das war knapp So Hier hoch Dann hier Ah Spritle hab ich ja jetzt schon Aber ich will die mit Münzen haben Bis da So Eins Zwei Drei 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 Wow das war knapp Der Pingui ist auch einfacher Da hochzukommen Die Bananen haben eh nichts gegeben Jis egal Ähm Ich mach erstmal hier Checkpoint Mann Das gibt's doch nicht Dat fast kommt eh nicht wieder Komm Hoffma weg Und vorne Während jetzt die Platten weg sind Weil ich den Checkpoint hatte Dann kotze ich aber Ja, die sind da, okay Schau, da kommt nicht was raus Da kommt schon ein Puzzleteil auch raus Was? Du Bananen? Warte, was, stopp Ah Aha, ach, die geben den Hinweis Das ist ein viertes Puzzleteil, okay Perfekt Da kommt noch ein Sound, hör, was ist jetzt los? Fies Puzzleteil, das ist echt fies Ein kleines Säck, ihr wollt mich wohl verarschen Nicht mit mir, Freunde So Und Puzzleteil auch direkt geschnappt Kinderspiel Kein Ding für den Kong So So, lass mich aufpassen hier Rüberspringen, okay, so So, da muss ich mich festhalten scheinbar Dann geht's hier weiter Natürlich erst, wenn's zurückläuft Na, nimm die Bananen mit, Donkey Vielleicht kommt da noch ein Puzzleteil raus Kommt's echt Jetzt fehlt noch Jetzt fehlen noch zwei Puzzleteile, ne Ja, okay Fehlen aber auch noch drei Buchstaben Also mach ich mir jetzt keine Sorgen Dass ich da was verpasst haben könnte schon Wobei da auch nicht immer was heißt, ne So, hier, zack Du Scheiße Ach du Kacke Ich hab Bananen verpasst, scheiße Ne, ich lass mich nochmal runterfallen Da kommt bestimmt ein Puzzleteil raus Wenn ich alle Bananen sammle Und wenn nicht, dann Leben umsonst verschwendet Aber ich will's wissen Ich will da aufs Nummer sicher gehen Alter, das war knapp Das mit den Gaspuzzleteil hab ich ja schon So, und weiter Bong, bong und bong und Auf den warte ich jetzt mal kurz So, so, so und so Doch kein Puzzleteil, schade Da gibt's ein O Das hab ich auch Alter, ich muss mich beeilen hier Holy moly Aber, ah, ich komm wieder so ne, so ne, ähm So ne Seilbahn, geil Okay Alter Alter Scheiße Mann Zu langsam Verdammt Schön verarscht Warte, wurde ich da Oh, das war jetzt knapp Fast ein Herz verloren Was hier für nix gibt, ey Wenn man da so richtig geil drüber springt Wundert mich Wow, das war auch knapp So, da hoch und dann hier hoch Danke für die Hilfe Freut mich, ja, Pinguin Da unter dem Eisblock ist doch bestimmt wieder ein Bonusraum Jawohl Alles klar Ach, wer hat der Kackraum Den mag ich nicht Also definitiv mit Abstand am schwierigsten irgendwie Okay, das hab ich Unten hier noch und dann hier und dann fertig 10 Sekunden waren übrig Okay Leidt vielleicht leichter aus als es war am Ende, aber gut Muss ich nix zu sagen Ist halt auch mittlerweile echt die Übung Oh, okay, hier Es fehlt aber noch ein Puzzleteil Mann Bestimmt irgendwo in der Seilbahn hier Fährt auch nochmal richtig fies hier, wa Alles klar Alter Ist hier ein Puzzleteil? Bestimmt hier, oder? Jawohl Alle Puzzleteile fehlt doch das G, ne Das ist ein auch noch Okay Oh, komm, die Puzzleteile sind hier immer so früh in den Leveln Nicht, dass ich mich darüber beschweren will, aber Ist schon ein bisschen komisch, dass das endet Okay, muss ich warten Wie es einfach weiter geht, ey Direkt Bong, 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 bong Alter, Sets Festhalten hier Alter Ich würde mich wohl verarschen Ey Jawohl, geil Da macht die Kids richtig Oh nein Scheiße Nicht springen da Wenn das G kommt Einfach fallen lassen Ich hab's mir gemerkt jetzt Ich muss erstmal das N wiederholen, ne Jupp, da ist das N So, da Runter bitte Danke Oh, das war knapp zum Sprung Jetzt kommt irgendwie die Sipplein hier, ne Genau Die Seilbahn Ich weiß gar nicht warum Geil, das ist echt geil gemacht hier Und schwupp Alles gesammelt, jawohl Jetzt hier noch ein Puzzleteilgebel würde ich sagen Da gibt's auch noch irgendwo eins Aber Was ich ja schon alle habe Kann's ja nicht mehr sein Alter Geil Geil, wie da im Hintergrund fehlt Was da alles abgeht Erstmal ein Feuerwerk oder was Okay, wir sind fertig Entspannt jetzt hier Was, die K mitnehmen, genau 15 Bananenstauden Nehme ich mit, gerne K-O-N-G So Wie sieht die Zeit aus? Ich würde sagen, tatsächlich Drei Level geschafft Und im Grunde sind noch Drei offen Wenn man den Boss als Level zählt Bin ich mal gespannt Ob wir alles im nächsten Mal schaffen Tropfstein in den Ferne Klingt auf jeden Fall schon mal Sehr, sehr interessant Sehr spannend Naja Wir werden es nächstes Mal sehen Wenn es weitergeht Jetzt nehme ich nicht mehr Ich mache jetzt Schluss Für diese Folge Bedanke mich bei euch Fürs Einschalten Lasst gerne noch ein Like da Und abonniert meinen Kanal Wenn es euch gefallen hat Und schaltet das nächste Mal wieder ein Bis dahin Tschö mit Ö Eier Basukazu Eier Basukazu